Hey, meine Radbalken, herzlich willkommen bei Block Tycoon in Minecraft. Wir befinden uns hier auf unserem Gebiet. Hier haben wir Goldblöcke, die sind die Eins. Wenn der Goldblock die Eins ist, dann bin ich gespannt, was die letzten Blöcke sind. Mit dabei ist Orson Malensky. Eins, die nehmen wir. Oh, guck mal, ich hab die Eins in der Hand. Die connecte ich jetzt mit der nächsten Eins. Bam, ergibt die Zwei. Das ist ein Smaragdblock, okay. Jetzt machen wir nochmal die Zwei. Zwei mit noch einer Zwei. Äh, mit noch einer Eins. Ich quatsch, schon wieder Unsinn. Ergibt eine Zwei. Zwei mit noch zwei ergibt eine Drei. Nee, eine Fünf. Und den kann ich jetzt auch drücken und dann krieg ich Geld. Ja, wir machen weiter, wir machen weiter. Die Eins nehmen wir. Nee, warte, fatsche, Tasse. Die Eins nehmen wir, klatschen sie auf diese Eins. Dann nehmen wir uns diese Eins und hauen sie auf diese Eins. Und jetzt machen wir Zwei und Zwei. Ergibt eine Fünf. Und jetzt machen wir die Megakomponina. Pünf und Pünf ergibt eine Neun. Jetzt kriegen wir zwei pro Klick an Moneten. So, wenn ich der Server da fast abschmieren würde, wenn ich das mache, wäre das auf jeden Fall super. So, wir können jetzt hier uns verschiedene Upgrades kaufen. Ganz links erhöht das Startlevel. Ihr guckt, guckt mal, hier sind ja alle Level 1. Wenn ich das jetzt kaufe, sind alle Level 2. Geil. Hier können wir kaufen, wie viele Blöcke wir gleichzeitig haben dürfen. Jetzt sind wir bei sechs Stück. Wenn man mal nachzieht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hau das auch hin. Hier sind wir beim Wert, wie schnell die Blöcke spawnen sollen. Das ist aber erstmal nicht so interessant. Aber interessant ist natürlich das hier, Leute. Oh, ich bin pleite. Oh, guck mal, jetzt spawnen wir mit dem Block schon. Jetzt können wir fünf und fünf. Jetzt haben wir eine Neun. Und mit neun und neun haben wir eine Fünfzehn. Das ist schon strong. Jetzt verdienen wir schon 36 pro Sekunde, Elina. Ja, Mann. Ich verdiene schon, ich bin nebenbei auch 64. Echt jetzt? Ich verdiene, nee, 73 verdiene ich jetzt pro Sekunde. Okay, wir machen also ein Wettrennen. Okay, ich habe verstanden. Ich habe einen 26er-Block. Hast du den auch? Ja, ich habe zwei 26er-Blöcke. Ich bin schon richtig krass. Mann, meine Blöcke spawnen nicht schnell genug. Ich kann nicht schnell genug kombinieren. Bam, bam, 15, 26. So, ich habe einen 43er-Block. Ja, Elina ist eine Suchtie. Wir müssen jetzt hier rasieren, Leute. Wir haben ja schon die Erfahrung in dem Spielmodus. Ich denke, Erfahrung zahlt sich hier aus. So, 15. 15 plus 15 ist 26. 26 plus 26. Jetzt habe ich einen 43er-Block, Elina. Was machst du jetzt? Habe ich schon längst, Ben. Ich bin kurz auf Autoklicke anzumachen und hier gebannt zu werden. Aber das Risiko muss nicht eingehen. Was? Tausend. Bam, jetzt spawnen wir auf der Fünf. So, ich kenne aber natürlich einen ... 50er-Block, bam. Ich kenne einen Geheimtrick. Nein, den kennt Elina nicht. Und zwar kann man hier in der Mitte, kann man ein Jump-and-Run absolvieren für einen Double-Money-Boost, den wir auch dringend brauchen, um aufzuholen, Frau Elina. Das heißt, wir jumpen jetzt hier mal hoch. Auch wenn Elina das weiß, schafft sie die Sprünge eh nicht. Also sind wir komplett safe. Oh, plus 100 Prozent. Money-Boomster. Jetzt hol mal gut auf auf ihr, Lina. Wie lange habe ich den? Okay, der Balken nähert sich, also geht sehr schnell runter. Oh mein Gott, der geht ja super schnell runter. Hä, woher kennt ... Hat sich ja gar nicht ... Du kennst meinen Balken gar nicht. Ich würde sagen, das ist eine Minute. Klar kenne ich deinen Balken. Ich sehe ihn doch. Ach ja, ich stream's dir. Ja, stimmt, ganz vergessen. Das ist eine Minute vielleicht. Habe ich das gelohnt? Ich habe fünf Minuten für das Job mal gebraucht. Weiß ich nicht, Leute. Aber die machen schon dick Geld, ne? So ist es nicht. Was ist dein höchster Block gerade? Mein höchster Block ist gerade 181. Hast gelogen, Elina, hast gelogen. Ist nicht gelogen. 181. Ja, ja. Das ist eins nach 112, oder? Ja, aber jetzt habe ich ein 291er. Ja, Elina rasiert, Elina rasiert. So, warte mal. Wir müssen mal was checken. Ähm, 500.000 können wir uns Alien-Helfer einstellen. 500.000. Alien-Helfer? Ich habe auch 181. Ich bin dir auf der Spur, ey. Ich sage dir das. So, wir kaufen. Na, das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht nochmal Sinn. Okay, jetzt sind wir wieder pleite, verdammt. Die Blöcke spawnen zu langsam bei mir. Wir können die zu schnell kombinieren. Guckt euch das mal an, Leute. Die brauchen wir zu lang. Jetzt können wir den und den. Und jetzt haben wir einen 291er. Hast du den auch schon? Den habe ich schon, ja. Ja, stimmt. Wir haben viel Geld. Das sollten wir auf jeden Fall mal ausgeben. Mehr Lagerkapazität. 748. Früherer Sport. Alter, junge Elina, du bist ja komplett am Ausrasten. Bin komplett. Das ist das Spiel für Elina. Ja, wir müssen irgendwie, ja, wir müssen rebirfen, ey. Aber das dauert natürlich noch länger. Dann können wir Boost freischalten. Aber bis wir Ditte haben, Leute, müssen auch mal die Rangliste. Müssen wir gleich mal im Auge behalten. Und jetzt müsste ich eine Mega-Kombo. Ach nee, warte, ich habe hier sogar schon eine Kombo. Ist mir gar nicht aufgefallen. Bam. Und drei. 467 habe ich, Elina. Du? 748. Ah, du hast einen mehr sozusagen. Okay, aber das ist kein Problem. Wir holen auf. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. 116 kriegen wir, wenn wir da drauf drücken. Okay, wir sparen auf 30k. Nein, wir brauchen mehr als 30k, weil ich kann ja das schon einmal anheben. Das macht auf jeden Fall Sinn. 35. Okay, das schafft er. Das ist viel zu viel. Wir chillen erst mal. So, jetzt müssen wir die verbinden. 1,1k. Mann, ich hole gar nicht auf. Was ist denn das? Ich muss ein bisschen beeilen jetzt hier, Leute. So, jetzt den und den. Und jetzt haben wir den und den. Ich bin genau ein Block hinter dir, ne? Weil ich habe jetzt den 748er. Ja, aber die Blöcke spawnen bei mir zu langsam. Ja, ja, bei mir auch. Bei mir auch. Bei mir spawnt hier alles viel zu lahmarschig, ey. So. Jetzt kombinieren wir den und den. Dann die beiden blauen. Und jetzt die beiden lilan. So. Dann kriegen wir raus. Aber nicht den gelben. Ne, da kommt der rote erst noch. Öh. Spawn zu langsam. Vielleicht macht so eine Geldrunde mal Sinn. Das wäre echt einfach nur auf den Block mal spam. Um ein bisschen Geld zu verdienen. Glaube ich auf jeden Fall mal Sinn. Einfach hier so. Einfach spam. 1, 187. 187. Wie viel kostet ein Rebirth? Frag mal mal den Atzen hier. 2B. 3B. 2B. Ne, aber gut. Wir verdienen ja jetzt auch schon 2300 die Sekunde. So musst du es mal sehen. Und wir haben den 1100er. Den hast du auch, ne? Ja, ja, das ist mein Maximum. Ja, ja, ich hole auf, Edina. Ich sag dir das doch. Aber du bist auch gleich beim Update, ne? Ja, ja, ich bin genau jetzt beim Update. Aber wir haben ein bisschen aufgeholt. Wir sind näher gekommen, Leute. Ist gut, ist gut. Wir können den Speed erhöhen. Jetzt sind wir bei vier Sekunden. Und wir haben den 1900er. Edina, was sagst du denn dazu, ne? Den habe ich auch schon. Ja, ich weiß. Wie viel kostet denn? 300.000. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe sogar den 3000er jetzt schon. Für 300.000. Da sind wir fast in dem Bereich, ne? Für 300.000 können wir uns den ersten Helfer kaufen. Ah, es gibt eine Mega-Kombo, Elina. Eine Mega-Kombo. Ja, zack. Und wir haben den 3000er. Das ist jetzt natürlich blöde. Aber ich glaube, wir haben noch einen ganz, ganz kleinen Vorsprung. Na, du bist schon ein bisschen voraus. Bist du schon noch. Safe. So, jetzt machen wir die Kombination. Warte, wir haben ein bisschen Geld auch gesammelt. Ich überlege ja, ob ich mir diese Qualle da kaufe bei diesem Shop. Was habe ich hier für ein Alte? 400. Ah, das ist der Rote. Bam. So. Jetzt gelb und gelb. Buff. Grün und grün. Buff. So. Ähm. Ja, aber der ist schon teuer auch, ne? Aber wir machen nochmal ein bisschen Risiko. Wir gehen nochmal, wir kombinieren hier nochmal so viel wie geht. Damit wir einen schönen leeren Plot haben. Zack. Zack. So, jetzt haben wir schön weitere Lagerkapazitäten hier freigeschaltet auf unserem Plot. Und jetzt machen wir nochmal das Jump'n'Run. Let's go. Für Double Money. Ja, wir müssen es aber First Try schaffen, weil sonst, sage ich dir ehrlich, lohnt es sich halt auch nicht. Schaffen wir es First Try. Nur mit der Kraft der... 4.900. Willina, du siehst ja geil. Okay. Nur mit der Kraft der Likes schaffe ich das Jump'n'Run First Try, Leute. Das ist wichtig. Ey, Alter, ich habe mega gelaggt. Weil ihr nicht rechtzeitig gelaggt habt. Aber die haben zu viel gelaggt einfach. Da hat der Server gelaggt. Ich merke es. Bisher sieht alles gut aus. Ist es gut aus? Ja. Ja. Uff, ja. Geschafft. Wichtig. Wichtig, Leute, weil ihr supportet habt. 100% Boost. Geil. Das ist krass. Das ist krass. Weil das muss ich aber in dem Moment auch drücken, oder? Macht das nicht Sinn? Wie viel kriegst du, wenn du dein Ding drückst, dein Block? Also, wenn du ihn schlägst? Wenn ich meinen Block schlage, meinen stärksten Block, kriege ich 1200. Ja, okay, dann wird das vielleicht nicht verdoppelt. Oder? Ja, wir machen mal, solange der Booster läuft, hauen wir hier mal drauf, Leute. Wie viel verdienst du pro Sekunde gerade? 10.000. Guck mal, ich verdiene 20.000. Durch den Booster. Oh, mein Gott. 19.000. Ich habe 400.000. Das könnte mir jetzt das Genick brechen, Alter. Ja, aber ich gehe jetzt Risiko, weil ich kaufe mir jetzt einen Helfer. Und das kann anderer, wirklich anderer Fehler sein. Das kann ganz quatschig sein. Oh, mein Gott. 300.000. Oh. Okay, ich habe da gerade irgendwas gekauft. Jetzt kann ich es für 750.000 kaufen. Was habe ich da gerade gekauft, Alter, hä? Was war das? War eine Qualle oder so? Ich habe jetzt einen Alien gekauft. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Alien-Slot für 500.000. Und dann kann die Rentien-Aliion auf meinem Spielfeld rum und arbeitet für mich. Ich habe 4.900. Wir drücken mal Kost, bis wir 500.000 haben. Das geht ja relativ schnell. Haben wir. Zack, let's go. Jetzt kaufe ich mir diesen Slot hier. Ja. Zack. Hier haben wir unsere Alien-Qualle. So, haben wir ausgerüstet. Rennt die jetzt. Ja, da ist sie, da ist sie. Aber die arbeitet jetzt, Alter. Oh, mein Gott. Bei mir fährt jetzt eine... Ja, wie lahm die ist? Bei mir fährt jetzt eine Alien-Qualle rum. Okay. Das ist so weh. Wir müssen aber nebenbei weitermachen, weil ich glaube, der ist so lahm. Ey, wenn wir uns nur auf den verlassen, da sind wir verlassen. Weißt du, das ist voll blödes, Alter. Nee. Alter. Ich habe meinen Block, der ist jetzt so rot, mein stärkster. Aber all meine anderen Blöcke sind auch rot. Das ist doof, ja. Das ist, ich sehe gar nichts. Ich frage mich gerade, ob die wirklich arbeitet, ob die mir nur so einen passiven Booster gibt. Ich glaube, die boostet nur allgemein meine Werte, ehrlich gesagt. Aber ich sehe die hier auch nicht arbeiten, ich sei dir das ehrlich. Ich glaube, ich kriege dann einfach bloß 10% mehr Income und so. Wie viel Geld machst du? 17.000. Okay, das ist arschviel Hilfe. Da kommt das ganze Geld her in. Meine Zeit kostet inzwischen schon eine Million, das Update. Da würde ich noch... Meine kostet... Ah, nee, deine Zeit. Die Zeit ist bei mir noch billig. Die Zeit kostet bei mir nur 100. Kann ich ja auch mal updaten. Bam. Gleich kostet bei mir alles eine Million. Ich denke, das hier ist der höchste Block. Der höchste Block ist der 34. Gut, ist die Frage, ne? Bei, ja. Mit 21 Blöcken ist man schon in der Rangliste. Ich frage es nicht, wie viel denn haben wir, Lina? Mit wie viel... Was? Wie viel ist der Block? Ach so. Der 21. Ach so. Äh, schwierige Frage ist das jetzt ehrlich gesagt. Combo. So, was updaten wir, Leute? Lager macht safe Sinn. Kriegen wir mehr Geld? Als nächstes vielleicht die Stufe der Blöcke. Was habe ich hier für den Block genommen? Ach so. Die sehen sich so ähnlich. Jetzt habe ich dieses Rot-Rot-Problem, was du vorhin hattest. Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt erst. Aber weiß ich nicht. Die Qualle mit den 10% Income-Boost. Weiß nicht, ob die jetzt so rein scheppert. Muss ich ehrlich sagen. Wie viel hast du pro Sekunde? Ich habe so 16.000 circa. Ich habe 26.000. Oh Mann, ey. Dass ich anders nicht gelohnt wurde. Mann, die sehen es genau ähnlich. Qualle, mach mal was für dein Geld. Was habe ich denn nicht hier, ey? Buff. Und den auch noch. Buff. Und jetzt die Kombinationes. Na, warte mal. Du kannst doch ausrechnen, wie viel Block du hast. Ich habe, guck mal, der 12. spawnt bei mir. Das heißt, wenn ich die kombiniere, ist das hier der 13. Das hier ist der 14. Das der 15. Ich habe 16 Blöcke. Alter, du musst fast in der Rangliste sein, Edina. Was? Weil du bist ein paar Blöcke vor mir. Wir brauchen nur 21. Oh mein Gott. Du kannst ausrechnen. Schaffen sie denn die Rangliste, Ben? Du kannst ausrechnen, beim wievielten du bist. Kann ich, glaube ich, nicht. Oh Mann. Aber warte mal, genau, was es auch noch gibt. Das habe ich noch gar nicht gezeigt euch. Es gibt verschiedene Planeten auch. Aber man muss dreimal rebirthed sein für den nächsten. Oh Mann. Dann bist du auf einem neuen Planeten. Ich bin jetzt bei 12.500. Aber den habe ich zweimal. Deshalb bin ich jetzt bei 20.100. Ich mache 5.000 pro Klick. Ich habe jetzt auch einen Special Block. 12.500. Ich mache 3.000 pro Klick. Und jetzt kann ich noch updaten. Update. Eine Million Update habe ich mir mal easy gegönnt. Weil ich habe schon über eine Million. Oh, warte. Ich habe gleich die nächste Million. Oh, das ist sehr schön für die Linie. Ich habe dafür eine Qualle. Oh mein Gott. Jetzt ist alles grün. Leute, es ist unglaublich. Die Qualle macht doch wirklich was. Ich habe noch nie so etwas Schlechtes gesehen. Guckt euch mal, wie lahm das ist. Komm. Komm, connecte die beiden Blöcke. Jibbi. Ja. Oh mein Gott, ist die lahm. Das war so eine Fehlinvestition, Elina. Das hat mich komplett zurückgeworfen, dass ich diese Qualle geholt habe. So, Elina ist jetzt gerade beim 21. Block. Und wenn man einen Blick auf die Rangliste riskiert, sieht man, dass sie mit 22 in den Top 10 wäre. Da würde sie Nailing runterschmeißen und wäre Zehnter. Boah, er ist da 34. Alter, weißt du, wie viel das ist? Das klingt wenig, so 10 Blöcke mehr, aber es ist überviel. Ben. Bist du ready? Ich kann es upgraden. Okay, dann hau mal den 22. Block rein. 22, 51, 5.000. Bin ich in der Rangliste? Na, bei mir noch nicht. Die ist schon drin. Wir können auch einen neuen Block holen. Den 20.000. Jetzt kriegen wir 5.000 pro Klick. Ja, aber Elina hatte diese Quallentaktik, ist anders nach hinten losgegangen, Leute. Hat uns Elina leider abgehangen und ist jetzt hier in der Rangliste. Und wir sind die Idioten, ey. So passiert es halt auch manchmal. So hat man sich verkalkuliert, ne. Aber von den Rebirth sind wir da weit entfernt, ne. 2 B. Also ich habe gerade 8 Millionen. Das ist ja nix, ey. 8 Millionen ist arschviel. Ich brauche 8 Millionen für ein Blockupdate. Das machen wir noch, Leute. Das ganz wichtige Blockupdate. 16. Oh, jetzt gibt es hier aber. Bam, 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 bam. Jetzt mit dem roten, bam. Jetzt mit dem gelben. Zack, ja. Ey, das ist ein neuer Block, oder? Ah, nee, verdammt beim Blöffer. Ah, schade, ey. 100.000 die Sekunde verdienen wir. Das ist lecker. So, Rangliste hat leider noch nicht aktualisiert. Ey, wir sehen Elina noch nicht drauf. Aber sie hat 22 Blöcke. Sie müsste 10. sein. Schade. Das war der Blocktycoon in Minecraft. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Vielen Dank, wenn ihr euch mal den Like und den Abo-Button. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank an Elina. Für's Dabeisein. Bis morgen. Euer Benson. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.